Frauen sind schlechter in Videospielen als Männer. Nee. Ja, spiel mal mit mir, dann würdest du merken, das ist auf jeden Fall nicht so der Fall. Meine beste Freundin, die schlägt alle. Würde ich jetzt nicht so behaupten, alleine aus eigener Erfahrung kann ich definitiv sagen, dass ich sehr viele meiner männlichen Mitspieler schlagen würde. Okay, Frauen haben nicht wirklich Ahnung von Videospielen, ein hundertprozentiges Nein. Frauen können genauso gut Sachen herausfinden über Videospiele. Ich kann definitiv sehr viel über Videospiele erzählen. Frauen sind in der Branche unterrepräsentiert, weil sie sich zu wenig für Videospiele interessieren. Viele Frauen interessieren sich für Videospiele. Sie brauchen einfach weiter Vorbilder und dass die Frauen auch wirklich den Mut finden. Viele trauen sich vielleicht noch nicht, in die Richtung zu denken. Es muss einfach etabliert werden, dass es normal ist, ob man Frau, ob man Mann ist, dass alle das Gleiche erreichen können. Vielen Dank. Vielen Dank.